Eioa, jajaja, da sind wir wieder mit Forth Horizon, wir fahren ein weiteres Rennen. Das war dieses hier, das andere, da müssen wir ein Auto fahren, das über eine Million wert ist. Das ist dieses hier, aber ich habe keinen Bock, das umzubauen. Weil das R2 ist und der ist R1. Also fahren wir einfach da vorne mit. Ich glaube, da brauchen wir nur eine Wiper. The Wiper Challenge. Haben wir doch. Die Rennleitung lässt sich bei dieser Veranstaltung nur mit einem anderen Auto starten. Ja, ne mal den. Tja. Hoffentlich kommen wir damit überhaupt klar. Ach, da haben wir ihn direkt nochmal. In seinen Standardfarben. Wir fahren in schwarz mit meinem Design drauf. Die Wiper. Ultimative J-Turn-Fähigkeiten. Oh yeah. 182 von 216 entdeckte Straßen. Yeah. Dann wollen wir mal. Starten. Ich muss das Rennen leider verdammt schnell gewinnen. Ja, ich muss gleich noch einen neuen Werbeclip drehen. Oh, wie schön. Sie sind ganz cool. Drei Runden. Oh je. Okay. Machen wir Platz. Dieser Flint nervt eigentlich richtig heftig. Tja, wie in GTA. Einfach die anderen als Bremse benutzen. Der hat ja einen Sound, der Wagen, ey. Kann man schon mal üben, die Strecke hier. Ich meine, im Finale fährt man hier auch. So, so, so Flint. Und schon bis zu zweiter. Ist das nicht ärgerlich, wenn der Onkel kommt? Boah, wie der sich anhört. Boah, wie der sich anhört. Kreischt der ja richtig, der war. Mit meinem Drehzahlgeränzer. Boah, hier drin ist ja gar nichts. Boah, hier drin ist ja gar nichts. Alter. Alter. Oh, ist das schrecklich. Boah, wie ich die Ansicht heute immer wechsle. Ich kann mir nicht entscheiden, wie ich fahre. Scheiße, warte dir. Ah. Oh, wow. Ich dachte, das wär was zum wegcrashen. Scheiße. Egal, das gewinnen wir sowieso hier. Ich fahr so. Hab mich irgendwie wieder daran gewöhnt. Ja. Riecht uns der Arsch aus. Flint. Ist dat geil. Ficht der sich an oder so richtig komisch. Ja, danach haben wir ja. Danach haben wir eigentlich die Punkte voll. Können wir schon im Finale mitfahren. Hängt uns aber auch am Arsch da hinten, ne? Ja. Hoffentlich kommen wir mit nem schnelleren Waren noch hier durch. Das gibt's doch gar nicht. Du wirst sie nicht los. Nach schon wieder. Das Ding muss ich mir merken. Verschwinde! Geh mir nicht auf den Sack. Ich dreh den weg. Ich crash den voll herzlos weg. Wenn der versucht mich zu überholen. Da geht mir nämlich richtig auf den Sack der Kerl. Ja. 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 Ich geh von mir auf den Sack. Ich hab dich mal in den Spur zu schnell, ne? Hast du mich? Mit mir zu scheinen, mit dem Sound. Mal eine Sonnforgung. Du wirst nicht schalten. Du wirst nicht schalten! Du wirst nicht schalten. Ich schaff's eh nicht. uh ha 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 ha. Ja, ja, so langsam. Ich bin... Ich habe jedes Rennen bis jetzt gewonnen, du Pfeife. Ja. Rossi. Nein, danke. Jetzt geht's an die Wurst. Jetzt werden wir Darius Flint pulverisieren. Endlich. Dann können wir die Kleinigkeit machen, die Scheunfunde abholen. Ich muss zugeben, ich habe davon geträumt. Das letzte Rennen. Acht Fahrer, Sie schlagen Darius und werden Champion. Lassen Sie es wahr werden. Bitte. Ja, hast du nicht auch noch von uns geträumt, dass wir so voll schön essen gehen und dann in den Sonnenuntergang fahren mit unserem Supersportwagen? Okay, was gibt's denn da? Fünf Millionen. Meister. Horizon Meister. Alles oder nichts. R1. Offen. Großartig. Wir sehen uns dort. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich komme mit meinem Königseck. Ich würde ja auch meinen Bugatti nehmen, aber der liegt nicht so gut in der Kurve. Ist zwar schneller in der Beschleunigung und so, aber Endgeschwindigkeiten, Kurvenlage ist der Königseck dann doch noch ein Stück besser. Ha, wir fahren den vierten an. Den fünften. Yeah. Finale. Let's go. Oder nehmen wir doch den Bugatti. Sie hat nur bessere Beschleunigung. Ah, wir nehmen Königseck. CCX. LPO Army Edition. Mit grünen Felgen. Ja. Auf der Seite. Schnell gelesen. Welche Folge ist das? Folge 6 und schon im Finale. Haha, das schlechte Horizon. Let's play in der Welt. Aber wir machen ja noch weiter. Yeah. Seid ihr bereit? Ich nicht. Bis zur nächsten Folge. Nein, Scherz. Okay. Wir starten durch. Es liegt eine schwere Last auf deinen unerfahrenen Schultern. Bist du sicher, dass du das durcherlst? Du stehst jetzt echt unter Druck. Nur ein Fehler und ich hab dich. Hier endet dein Motorsportmärchen. Mit einem Knall. Ich werde mir hier keine Blöße geben. Glaubst du, ich überlasse dir meinen Titel? Träum weiter. Hahaha. Haha. Ja, träum mal weiter, Darius. Jetzt geht's. Wann? Mach mal Platz hier. Mach mal Platz hier. Ja, diese Karre fahr ich dann Loch über in der Ansicht. Boah, der Typ ist aber wirklich, die sind alle schnell hier. Aber nicht schnell genug. Wir können auch nicht zurückspulen. Scheiße hab ich aus. Die benutze ich nur manchmal, wenn ich Spaß hab, Leute wegzupressen hier. Hier, ich tue grad Y geht nicht. Ach, Bruder, und ich zeig dir das doch. Mach ich ja eh nicht. Boah, was ist das denn? FXX-Ferrari? So, Darius, da bin ich. Und ich kick dich jetzt so, hat von aus dem Rennen. Nachkommen. Wenn er uns nochmal überholt, versuchen wir ihn rauszuschmeißen. Zeig ich dir erstmal, wie viel Power mein CCX hat. Boah, Alter, die Karre fliegt aber auch fast. Aber er bleibt dran. Ja, das ist genau dieselbe Strecke, die wir vorhin gefahren sind. Nur diesmal halt Finale und zwei Runden mehr. Was ist, Darius? Kommst nicht mehr nach. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, knapp. Noch habe ich die Karre unter Kontrolle. Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße. Hey, da war ein Fehlerflämmt. Ich dachte, du kriegst mich dann. Aber wir dürfen uns nie unter Druck setzen. Ich fahr hier grad ein bisschen zu wild. Aber vielleicht kann ich wieder Vollpower geben hier. So, Vollgas. Okay, wir werden die aber nicht los. Das ganze Feld hängt ins Hand im Arsch. Das war zu schnell, scheiße. Das werden wir wirklich nicht los. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich drückle ihn so weit von weg, wenn er uns überholen will. Ah, scheiße, Autor rückt aus. Das kriegen wir locker hin. Ich meine, ich kann ja fahren, ne, Leute. Oh, da bricht uns wieder der Arsch aus. Scheiße. So. Ah, das war jetzt scheiße. Ah, richtig kacke. Nee, nee. Mein Gott. Alter, hab ich ein Magnet am Heck oder was? Wir müssen aufpassen, dass ich... Ah, Mann, ich bin grad viel zu... ...gestrichst. Ich muss... ...huzo. Konzentration. Konzentrier dich, Onkel. Der holt sonst noch auf. Schon wieder hier, mein Gott. Ja, unsere letzte Runde war auch nicht grad die schnellste. Jetzt bloß keine Scheiße bauen. Der hängt jetzt nämlich immer noch verdächtig nah hinten dran. Ah, schon wieder, ey. Also wirklich. Am Anfang hab ich dato alles perfekt gemacht hier. Jetzt setzt der Druck. Oh, wow. Ein bisschen weiter rechts und wir hätten einen richtig fetten Überschlag gehabt oder so. Oh, oh. Ah, nicht ausbrechen, Auto. Bleib geschmeidig. Komm schon, die letzten paar Meter da. Ich dachte immer, denn seine Karre wär schwarz. Wie süß der rot. So, wenn er jetzt keine Scheiße bauen hat, haben wir da in der Tasche. Jawoll, wir haben's geschafft. Sieger, ja. Wow, sie haben es geschafft. Sie sind der neue Horizon-Champion. Haha, von 0 auf 100. Was für eine Geschichte. Und das ist bestimmt erst der Anfang. Ein neuer Champion. Das hat das Horizon gebraucht. Fantastisch. Boah, acht Millionen haben wir bekommen. Okay, das war Glück. Das kann selbst einem durchschnittlichen Fahrer mal passieren. Ein zweites Mal klappt das nicht. Haha. Haha.